Diesen Look da oben zeige ich euch heute. Heute zeige ich euch mit unserem Forest Jump einen ganz easy Look, wo man nur einen Doppelclip braucht, sonst gar nichts. Ich bin so reingeschlupft, habe den Kragen nach innen gefaltet und dann die kurze Seite zuerst relativ stark über den Körper drüber und da oben auch relativ weit nach innen, dass da so ein Kragen entsteht. Das kann man da echt so ein bisschen hineingeben. Und dann nimmst du die lange Seite, du siehst eh die Falter schon so runter und dann habe ich da eigentlich nichts anderes gemacht, als da den Doppelclip angebracht. Ehrlicherweise haben wir jetzt schon ein bisschen gebraucht, wieder herauszufinden, wie der Look funktioniert hat, aber er funktioniert tatsächlich echt einfach, wenn man es dann einmal hat. Darum zeigen wir euch das, wie ihr wisst, bei uns gibt es kein richtig oder falsch, das da wachelt, also vorn herum, auch ganz nice. Und hinten eher locker und volle gemütlich. Ups, Haare aus dem Gesicht, zeigt mir der Tobias. Bye-bye! So, schaut völlig ganz aus. Was? Was? Was ist das geschehen? Ja! Was ist das? Was ist das? Hä? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?